Ja, mit dem DLC Charakter im Rücken, ja, ja. Ja, wie denn auch? Ja, das ist das Problem, Neptun. Hör doch mal zu. Ja doch. Um... Also, that monster we just fought? Have you ever seen anything like it before? That super gross mutant bug thing? Nope. And I kinda wish I never had. What about you? It was my first time, too. Unfamiliar monsters in an unfamiliar land. Where the goodness are we? Can we actually get out of here alive? What a boring desk. Neptun, I think you only feel that way because you hate working. Mhm. Sis, the only thing I hate is not having fun. Come on, let's make the most of this, little sis. Neptun? I don't know if I can have fun, but I'm sure we'll be fine if we're together. There we go. You look way cuter when you smile. Let's keep moving. Okay. Okay. Da hat Neptun recht. Äh, teach me ist die? Okay, ja. Moment mal, wieso ist Attack jetzt auf L1? Immerhin kann ich wieder hüpfen. Apropos, muss ich wieder nach unsichtbaren Kisten Ausschau halten? Es gibt ja gar keinen Ausgang. Auf ne World Map oder sowas. Fuck, ich hab's. It is my turn. You won't escape. Haha. It was merely chance. DEN CYLES DEN CYLES DEN CYLES DEN CYLES DEN CYLES Äh, vielleicht sollte ich die DLC Charaktere doch rausnehmen. Here! DEN CYLES DEN CYLES auf dem Boden. Mein Gott, das erinnert mich gerade so hart an Darksiders. Er gab das Schild. Wir sollen gleich rechts abbiegen. Da ist ein Event, da ist ein Pixel Raider. Das ist cool. Na ja, defende mal. Defend? Ach da. Der ist ja schon fast wieder tot. Auf Wiedersehen. Wuhu! Tja lala lala lala. Oh, schön. Ein Early Level Up ist immer gut. Äh, ich weiß gerade nur nicht. Okay. Was? Moment mal, erhöhen sich die Werte gerade? Oh, okay. Level Up! Die Wetterhöhung ist nicht gerade gering. Aber ich glaube, ich bin noch die Werte von Moero Chronicles gewohnt. Und die erhöhen sich eh nicht so schnell und gut und effektiv und überhaupt. Warte mal, was ist das denn? Da ist eine Chest auf der Minimap. Da ist eine Chest auf der Minimap. Wie komme ich da hin? Tja! Ist die über uns? Boing! Jump! Like a Kangaroo! Ah, das... Okay, das ist das Respawn. Das ist das Respawn-Geräusch. Ähm... Da ist eine... Da ist eine Chest... Da ist eine Chest-Spiel. Ich will diese Chest, die auf der Minimap ist. Da, direkt vor mir. Ist die da oben? Hm... Das ist auch so ein Ding, als ob ich was benutzen könnte. Boing! Like a Kangaroo! Ich komme an die Chest nicht ran. Ich komme an die Chest nicht ran. Ich will diese Chest da haben. Muss doch da irgendwie hochkommen. Hier sind so viele potentielle Wege, aber ich kann keinen davon benutzen. Wie doof ist das denn? Ich hoffe mal... Moment. Warp-Destination. Na, hoffen wir mal, dass wir den Warp-Punkt dafür finden. Sonst bin ich Pissed. Oh! Check this out! I wonder what happened here... Hey! Neptunier! Let's try climbing to the top! Maybe we can figure out where we are! Okay! Wait for me, Neptune! This can't be... W-w-what? What is this? No way... Just where... is this? Hmm... Ich hoffe, wir haben mehr solcher Cutscenes. Die sind... Die sind cool! Aha! Schau! Over there! I see somebody! Hm? Hm? Oh wow, you're right! I think it's a girl! Oh no! She's surrounded by a bunch of scary monsters! Hm? There's no way a local could fight against that many! Let's go, Nepgear! Yeah! Let's go help her! Wer is es wohl? Also, ich seh da unten ein paar Monster, aber ich seh kein, äh... kein Mädchen, was in Gefahr ist. Jump! Boing! Ich könnte sogar wieder zurück im Moment, okay. Oh Gott! Das wollte ich gar nicht. Ja, das Mädchen wird noch ein paar Sekunden ausharren müssen. Haha! Killing Grass! Nice! Nimm ich! Hallo? Don't hurt me! Ich muss jetzt hier runter, oder? Jump! Like a kangaroo! Boing! Hier! 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 Wie komme ich hier weiter? Like a kangaroo! Boing! Jump! Like a kangaroo! Jump! Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Hier! Boing! Jump! Like a kangaroo! Hier! 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 Huh? A scratch? Oh, you're right! When did I get this? Wie setze ich leader? Okay. Wie setze ich leader? Okay. Ja! 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 Ich glaube ich muss die Dinger loswerden aber wie? Ja! 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 Das ist nur ein Schrapp. Na du? Was ist das hier? Donkey Kong? Komm schon. Ich will da hin. Ach, verdammt nochmal. Oh, das war knapp. Ach, verdammt nochmal, ey. Da war auch kein Warp-Punkt, ne? Ich will noch nicht aufgehen. Der ist aber nicht Targetable. Okay, dann ignorieren wir dich halt. So schwer ist mir auch Feld. Äh, dann muss man sich kurz an der Nase kratzen, dann kann ich springen. Das ist ja mal lächerlich. Marathonläufer, okay. Secrets könnten sich überall lauern. Aber schön, dass man jetzt endlich mal mehr mit dem Springen... ...mit dem Springen machen muss. Oh, was haben wir denn da hin? Das ist ja nur noch mal. Du kommst mir, du kommst mir, du kommst mir! Nöhn! Nöhn! Ja! Läufe zu bin! Oh Gott, dieses Gesicht! It's our chance to attack together! Now then, what shall I do? Is the Pixel Vader really not on it? How funny is that? Phenomenal. What? During the battle you may gain effects that increase or decrease your status. There are various plus and minus effects. Okay. Physical defense up, physical attack up, elemental defense, elemental attack up. Okay. Okay. And turn speed plus. Okay. Gut, so wissen, dass man jetzt auch darauf achten muss. Can stack pluses and offset minuses? Okay. 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 I'm hitting me! I'm hitting me! Vielleicht kann Napger mehr laufen, aber ich glaube nicht. I'm gonna beat you up! I'm gonna beat you up! I'm hitting you! 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 Aber du hast nichts dazu gekriegt, na gut. Oh, komm the fuck on. Was ist das? Was ist das? Was ist das? What the actual fuck? Oh. Der ist noch nicht frei, oder was? Previous attack was rush, ja? All previous attacks did not use combo trade. Ich meine, Nap Slash macht mir Schaden, und von daher, ähm, wieso ist das nicht offen? Das ist nicht offen, ich muss das irgendwie öffnen, aber wie? Ja, du hast ja nichts Neues bekommen. Und wie komme ich hier ran? What the actual fuck? Ich muss, ich muss es garantiert zerstören, aber wie? Boah, es richtet mich gerade auf. Das Spiel gibt mir für jeden scheiß Tutorial, aber nicht dafür, was wichtig ist. Ähm, Nept, Nept, nur so eine bescheidene Frage, wo... Alter, ihr seht echt aus wie Gegner von Donkey Kong. Wo hast du bitte das Mädchen gesehen? Oh, ich war schon... What shall I do? Ich war schon in der Hitbox? Okay. So, du... Machst jetzt mal ein bisschen Schaden, damit du auch dieses Achievement kriegst. Iron Fragment. Okay. Vielleicht sollte ich die sogar farmen, das hört sich wichtig an. Okay. Oh, der steht noch. Ich denke mal, wenn ich es benutze, dann wird das vielleicht. Von daher... Yeah, yeah, I got one. It's my turn. Yeah. Prepare, next. Did everyone see how I did? You, a funny face has evolved. Oof. Rapid hit. Nice. Ah, respawn. Right. Hallo? Yay! Successful surprise attack! What shall I do? You won't escape. I'll leave my house. It's my turn. Yeah! Bist du die richtige Napgear? Ich seh das grad nicht. Ich glaub aber ja. What shall I do? Nee, du warst die falsche Napgear. Easy, easy. Ah, ich wollte doch das obere benutzen. Na ja, geil. Das sind ein paar Gegner und dieser Legspike hier. Why? Why? Why exactly? Two, zwei, zwei, zwei. Das ist ein paar Heus. Das ist ein paar Heus. Ich bin ein paar Heus. Ich bin ein paar Heus. Danke für dich. Wollt die Scheu. Kommst du da ran, Neppgear? Nee. Dann du eben. Kann es eigentlich sein, dass sich die SP gar nicht mehr erhöhen? Wenn man die Gegner anhittet. Ich achte da jetzt mal drauf. Neptune hat 74, Neppgear hat 76, alright. Also, Neptune, wo hast du dieses Mädchen gesehen? SP Charger, richtig nice. Wisst ihr was? Wir machen es so. Das wird auch ein bisschen zu einfach und jetzt haben sie immerhin einen Boost bekommen. Sooo, da landen. Wait a minute, ich bin einfach wieder in die Hitbox rein. Na gut. Ich bin irregulär. Ach ja, wir machen jetzt mehr Schaden. Ups. Ich wollte Neppgear eigentlich auch eine Chance geben noch, aber okay. Das sieht so hardcore aus, als könnte man hochklettern, aber offenbar nicht. What the fuck are you guys? Hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Dreh die. Alpha Wand? Really? Oh, immerhin kann ich rüberspringen. Live-Fragments, sehr wichtig. Ist hier eine Alpha Wand wieder? Ne, das ist total weird. Oh, das ist einer dieser Risse. What the fuck are you? Das hört sich auch wichtig an. Skill, do your best. Und Double Sunbar! Rapid-Hit, nice. Thank you for worrying about someone like me. You're welcome. Ähm. So, du bist sofort aktiv. Ne, ich muss dich, glaube ich, erst mal freispielen. Die Frage ist wie. Die Frage ist halt wie. Rapid-Hit, du hast es sofort. Library? Challenges. Ähm, aber eben mal einen kurzen Exkurs. So, was haben wir denn hier? Leave it to me. Ich sehe aber nicht, was es mir bringt. That's a leader. Okay. Aber ich sehe die Belohnung nicht wie letztes Mal, ne? Wobei, letztes Mal habe ich sie auch erst gesehen, als es zu spät war. Aber, wo kann ich denn zum Beispiel, let's destroy. Destroy destructive objects. Okay. Kangaroo is jumping. Ist ja klar. Surprise attack. I'm a regular. Was ist das? Einfach an Kämpfen teilnehmen. Okay. Time for medicine. Use an item. Okay. My special move. Ah, ich kann das auch hier unten direkt sehen. Use skills. Klar, ergibt Sinn. Da kriegen wir wahrscheinlich die X-Drives wieder für. Kriegen dafür SP. Finde ich nice. I strip you clean. Perform part breaks. Activate combo trade. Einfach combo machen, schätze ich mal. Pass a button. Switch characters. Okay. Defeat 20 enemies. Alright. Give a total of damage. Okay. Heal points. Hit enemies. Okay. Victory pose. Okay, aber ich habe jetzt keine Chiefment, wo ich explizit eine gewisse Art von Combo benutzen muss. Aber ich schätze mal, es hat... Wo ist es? Ich glaube, es hat hier mit zu tun. Efficient team matters. Schätze ich mal. Weil irgendwie muss ich die Plätze ja freispielen. Oder ich muss mir später Items kaufen, damit das funktioniert, aber... Ich hoffe, es sind die Challenges. Weil dann kommt das irgendwann ja so oder so. Ah, sehe ich das... Sehe ich das richtig? Moment. Die Gegner haben ja keinen Guard mehr, aber ich glaube... Aber ich glaube, die Gegner reagieren empfindlicher auf verschiedene Arten von Combo's. Und bei denen hier ist es, glaube ich, Rush. Hier, er hat jetzt rote Zahlen. Oh, doch, nee. Es waren einfach nur Crits. Schade. Wobei, jetzt sind die Zahlen schon wieder... Habe ich gerade einfach nur ein bisschen Crit-Luck oder was ist das? Oder heißt es sogar, dass er sie resistet? Ich habe keine Ahnung. Okay, gehen wir direkt rein, oder... Ja, ab jetzt brauchen Level-Ups recht viel EP. Wir gehen direkt rein, nachdem man einmal gesaved hat. Das ist ein Save-Point, ne? Wait a minute. Na, ich wette, das Event aktiviert sich, wenn ich vorbeigehe. Yes. Ja, dachte ich mir. Ja! Oh, hallo! Oh! 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 Ich habe die Viecher in der Katzlin am Anfang gesehen. Ich glaube, da hast du nicht so die Schnitte gegen. Warte mal, die Stimme, das ist Umiyo, oder? Hey, da! Leute? Ich hätte gesagt, dass wir hier viel mehr Monster waren, bevor wir hier sind. Sie hat sie sich selbst zufrieden? Ich bin glücklich, dass wir endlich jemanden in den Kopf haben. Hey, Frau, kannst du uns erzählen, wo wir... Oh, die Regierungserklärung jetzt? Was? Was? Entschuldigung? Was? Woah, woah, woah! Chill out, lady, I'm just trying to... Ha, you're not half bad. The name's Uzume Tenobushi. What's yours? N-Neptune! It's Neptune! Nep... Tch, your name's frickin' hard to pronounce. Äh, nicht wirklich. I get that a lot. Hm, you're a lot stronger than you look. You're like the perfect Prelude to it. Was zur Hölle, Mädel? Dang it! Just listen to me! We're already super tired from getting sucked into that crazy vortex, and I'm just trying to get back! Sorry, but I'm not the type to get all cozy with the enemy. Was für'n Enemy? If you think you can fool me by pretending to be human, you've got another thing coming. You're not enemies! Just listen to me! Seriously? Like, I know, I'm number one on Game Industries Hot 100 chart for nicest people ever, but I'm about to get super pissed off! Game? Ugh! What the hell are you even talking about? Eat this! Nein! Stop it! Chest Buster! Was? Stop! Huh? Please stop you two! Um, your name was Uzume, yes? Like my sister said, we have no intentions of fighting with you. In fact, I'd be really happy if you could help us! So, um, can you just listen to us for a minute? We aren't going to attack you, I promise! Yeah, what's your problem? Just help us! Geez! Neptune, this is your fault too! Why are you picking fights with strangers? To be fair, Usume hat angefangen und wenn jemand nicht aufhört, dann muss man leider kämpfen! Also, Neptune ist diesmal nicht die Doofe! Uh, my bad, I was getting a little too hyped! Hey, uh, we're still over here! Uh, there are still a few stragglers! Alright, whoever you girls are, this is gonna have to wait until I clean this up! Ähm, wir können helfen! Yeah, let's mop this spit up! I wanted us to stop fighting! Aber wir kämpfen doch jetzt gegen andere Napgir, das ist okay! Das ist, das ist freundschaftliches Miteinander kämpfen, das ist gut! It's too late for that! Here we go! Yes! Cool! Bin ich ein Fan von! Legen wir los!